Auf welcher Skala von 1 bis 10 wie besoffen bist du? 0,5 0,5 Promille? Ja, aber das ist doch Haram! Ja, Haram Stufe Rot, Bruder, aber Harami ist auch Harami! Was willst du machen? Stimmt es, dass ihr Ostschweizer sehr gerne und sehr viel trinkt? Ja, kommt die Frage. Rauchen auch, aber... Was denn genau? Ja, aber auch nicht. Cannabis! Cannabis? Wirklich jetzt? Ja, ich sage es. Bist du bekifft? Nein, das noch nicht. Nur besoffen? Ja.